Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die Kaltschnäuzigkeit mancher Mitmenschen. Ernst R. Hauschka. In unserer Nase wird übrigens eine Flüssigkeit hergestellt, die die Nase feucht hält. Wenn wir an etwas Interessantem schnüffeln, wird noch mehr von diesem Sekret produziert. Weil diese Flüssigkeit immer verdunstet, ist die Nase auch so kalt. Hundenasen produzieren stets eine dünne Schleimschicht auf der Hautoberfläche, um so besser Düfte absorbieren zu können. Dadurch können einzelne Geruchsteilchen besser aus der Atemluft herausgefiltert werden. Noch besser klappt das, wenn die Vierbeiner ihre Nase zusätzlich mit der Zunge befeuchten, so können sie unzählige verschiedene Düfte besser voneinander unterscheiden. Eine trockene und warme Nase bedeutet aber auch nicht gleich, dass der Hund krank ist. Hunde zum Beispiel im Schlaf lecken sich nicht über die Nase, sodass es natürlich dann auch mal sein kann, dass, wenn der Hund länger irgendwo gelegen hat, die Nase auch mal ein bisschen warm oder feucht ist. Am besten achtet man hier zusätzlich noch auf die Körpertemperatur. 38,5 Grad sind bei einem Hund da tatsächlich eine super Temperatur. Ihr solltet wirklich das Gesamtbild dann im Auge behalten, auch mal so die Schleimhäute anschauen, so an den Zähnen, was die für eine Farbe haben und dann könnt ihr so ein gutes Gesamtbild darüber bekommen, ob euer Hund gesund ist oder nicht. Aber die Nase ist nicht das einzige Indiz für einen gesunden oder eben nicht gesunden Hund. Das war es heute am 12. Dezember, Halbzeit. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf morgen, denn morgen haben wir ja noch wieder was ganz Wundervolles geplant. Es ist schon in Arbeit und so gut wie fertig. Aber jetzt kommen wir natürlich zu unserem Klassiker. Ich habe es gestern sogar geschafft. Ich hoffe, einige von euch haben es gesehen. Ich habe es geschafft, den Sonnenhof zu verlinken bzw. die Aktion zu verlinken. Aber dann schauen wir heute mal in den Kalender rein. Das müssten die Snackwürfelente sein. Also schön, dass wir heute mal keinen Knusperkräutergarten oder wie die Dinger heißen, drinnen haben, sondern was wirklich schönes. Und dann kommen wir natürlich zu unserem Merci-Kalender. Ihr wisst es. Wir schauen rein, was drinnen ist und schauen vor allem nach dem Spruch. Wir haben wieder einen Stick von den klassischen Kaffee-Sahne. Ist jetzt nicht so absolut mein Lieblingsgeschmack, aber ist vollkommen okay. Und natürlich der Spruch, du bist der hellste Stern in meinem Himmelreich. Schön, schön, schön. Das war es heute zum 12. Dezember und ich bin super gespannt, was ihr morgen zu unserer kleinen Parodie sagt. Wir haben natürlich wieder was Tolles vorbereitet. Ihr dürft uns gerne mal ein Abo und ein Like und einen Kommentar da lassen. Spamt uns voll, triggert den Algorithmus und dann sehen wir uns morgen. Also bis dann. Bis dann. Bis dann.